Jaha! Ich hab mit dir, ich hab Jaha gehackt. Sing ein paar, ey. Sing jetzt! Ho, 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 wir sind Volk und Knecht. Ho, 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 ihr kommt uns gerade recht. Ihr Harz-Holz vom Pferde-Liebe-Moch. Einer stirbt, wer nahm das Messer fahrt. Du weißt, dass jetzt ein Entertainment oder muss ich den Rest des Abends hier rumhampeln? Es ist doch total cool. Entertainment. Hossa! Ja, Hossa, Hossa. Hossa hat Rex Gilber auch gesagt. Kurz bevor er aus dem Fenster gesprungen ist. Mensch Volk, die Leute haben Spaß. Ihnen hat das gefallen. Die haben geklatscht. Ach recht, die haben geklatscht, weil die Mitleid mit uns hatten. Die hätten auch geklatscht, wenn hier ein Kinderchor mit Down-Syndrom gesungen hätte. Sagt der Indianer-Häuptling zum Cowboy, kann ich auch mit deinem Pferd sprechen? Sagt der Cowboy, Pferd kann doch nicht sprechen. Sagt der Indianer-Häuptling nach Pferd, wie geht's? Der so, ja, der Western-Sattel ist ganz schön schwer und der Typ kann nicht reiten. Aber alles in allem geht's mir ganz gut. Sagt der Indianer-Häuptling, so kann ich auch mit dem Schaf sprechen. Sagt der Cowboy, das Schaf lügt. Und dann bleibt auch das Niveau. An dieser Stelle warten sie nichts. Und dann auf einmal so... Sagt der Cowboy, Pferd hat ja was zu tun da oben. Sagt der Cowboy, Pferd hat ja was zu tun da oben. Jeder guckt jetzt mal seinem Sitznachbarn tief in die Augen, bitte. Nur in die Augen. Ja, ein bisschen länger, weil sie guckt immer weg. Was ist das denn? Ne, nicht auf die Schulter legen, das Köpfchen. Mal der Wahrheit ins Gesicht sehen. Guck mal, tief in die Augen, bitte. So, guck mal, bei der einen Hälfte regen sich jetzt romantische Gefühle. Bei der anderen Hälfte Fluchtreflex. Jeeha! Steht mal auf, Hände aus den Taschen und klatsch mal drauf. Come on Leute, wir leben heute wahnsinns fette Beute. In die Knie backen mit dem Arsch und jetzt mach den Zacken barsch. Jeder dreht sich wie er will, heute steht eine Menge auf dem Spiel. Ich habe doch einen Brief gekriegt, dann kann man doch auch mal lesen. Oh, du siehst aber schlecht aus mit der neuen Lesebrille. Du auch. Jetzt lass mich lesen, lass mal gucken. Oh, von der BFA. Mal sehen, was wollen die denn von mir? Mein neuer Rentenbescheid. Der ist gut. Ich soll zuzahlen. Lachst du immer noch? Nein, ich hab Parkinson. Ich war heute noch, war ich an der Hundewiese vorbeigelaufen. Siehst du, kennen sie, wenn so freilaufende Köter freilaufende Menschen trainieren, ihnen Stücke zuzuwerfen. Da war wieder, war eine so eine Frau. Hier. 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 Ich wär auch abgehauen bei der Frequenz. Ne? Und dann so eine andere, die hat, weißt du, siehst du auch immer so die dicke Frau, ne? Mit dem Hund, ja, viel zu fett, viel zu lange Krallen, wahrscheinlich Bewegungsmangel, ne? Und der Hund sah erst aus. Und dann war die die ganze Zeit am Anschreien, Platz, Platz! Und du hast genau gesehen, der Hund hat gedacht, du zuerst! Und dann haben sie gefragt, weißt du, nenn mir mal zwei berühmte Geschwister, die in der Nazi-Zeit im Widerstand gekämpft haben. Da sagen die Sophie und Mehmet Scholl. So. Egal, ich habe mich nicht abschrecken lassen. Hab so ein junges Mädchen einfach mal gefragt, was trendy ist, was man so singt. Heutzutage. Genau. Und was hat sie gesagt? Halt die Fresse, Fotze. Oh. Das Lied kann dich jetzt nicht. Oh. 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 Das war mir nicht. Da so nothing can harm you. With Daddy and Mommy. Daddy and Mommy. Daddy and Mommy. Daddy and Mommy. With Daddy and Mommy. Standing by Oh, 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 hat der Sheriff recht, wer, wer, wer behandelt Pferde schlecht? Sandra sieht auf Hof Weidelam, weil sie dort ihre Liebe fand. Leider ist kein Prinz auf seinem Pferd, böse ist das Pferd. Sandra sucht den Mörder, der Gaul ist es ihr wert. Im blutigen Stroh eine Flasche liegt, wer hat sie hingetan? Ein Schatten tief im Pferdestall nimmt plötzlich Gestalt an. Oh, 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 oh. Wir sind auch schön. Rosa, danke schön, Rosa Kappels, du machst schon so lange hier den Scheiß mit. Dankeschön, danke, Marcus, an der Technik. Danke dem Kanzler, Sie haben die Tat und die Tat und mit dem Arm und jetzt auf dem zacken Warsch. Jeder dreht sich wie er will, heute steht ne Menge.